Ich wollte ein kleines Danke Video rausgeben an meine Abonnenten, an YouTuber, meine Familie, meine Freunde, die mich auf dem Weg unterstützt haben, die 100 Abonnenten zu erreichen und ja, wie üblich starte ich auch ein kleines 100 Abonnenten Giveaway und zwar verlange ich ein kleines Video von euch, ob Bushcrafter oder Tracker, habe beide zwei verschiedene Aufgaben. Der Bushrafter hat die Aufgabe, aus dem Müll einen Nutzen zu machen, wie zum Beispiel aus einer Thunfischdose im Kocher oder zum Abkochen bauen, ja, der Tracker hat die Aufgabe, einer seiner besten Ausrüstungen zu zeigen, die er zu Hause hat und zwar einfach ein kleines Video kurz vorstellen, es wird alles bis zum 10.7. laufen, ja, was gibt es eigentlich zu gewinnen, und zwar einmal ein Oliv-Leichtbraun-Turbanschal und eine Wintermütze und ja, dann freue ich mich auf euch und ja, da bin ich gespannt, bis zum nächsten Mal.